So, wir sind ja wieder hier bei den Haien und wir müssen ja wieder hier hoch. So, ihr schafft. Dann ist ein zweites Versuch. So, jetzt mal ein bisschen durchschwimmen. Bleib an der Luft. Juncker, ist ein Loch. Ja. Komm, beeil dich doch mal. Das war schön. Und bei allem hing Rourke über mir wie eine schwarze Wolke. Wir hatten eine Bohrinsel zerstört. Eine ganze Flotte weggelockt. Einen Zerstörer versenkt. Doch da war diese eine Frage. Wo ist Rourke? Hier? Vor uns? Er ist wirklich so gut wie ein Geist. Aber was war jetzt mit ihm? Da war etwas in dieser Fabrik. Und die Föderation wollte nicht, dass wir es sahen. Doch wir waren gerade dabei herauszufinden, was es war. Zwei Feinde kommen unterhalb. Wo? Oh, dunkelheit unterhalb. Hallo, Merweg. Du siehst. Wir sind erledigt. Gehen zu Eingang A. Scarecrow, wir sehen die Fabrik. Over. Verstanden. In die schwarzen Zonen. Kiegel, sind bei Eingang A. Wir sind auch da. Gut, weiter. Sammeln. 50 Meter. Stopp. Feind. Das ist einer. Aber leise. Nichts für dich. Na los. Kick, dein Team über den Randbereich und Sicherheit. Nichts und niemand kommt durch. Und raus kommt aber niemand. Alle anderen zum Eingangspunkt und dann in die schwarze. Ziele voraus. Ziel suchen. Logan, wir warten. Sicher, ich übernehme. Ah ja. Ich hab den. Sei sicher. Bin ich. Äh, Romano. Du mein Dude. Augen aufhalten. Kick, was machen die Kameras? Merrick, in der nächsten Zone sind viele Ziele. Kein großer Auge. Mehrere Wege aufteilen. Hier alles sicher. Okay, los, lauf. Los. Das ist meiner. Flashlight erledigt. Das ist meiner. Bei mir auch schon längst. Da war noch eine Erinnerung. Beim Treffen, die war es klappt nicht. Kick haben die südliche Tür erreicht. Ziemlich groß. Was immer da drin ist, die wollen, dass es sicher ist. Keine Kameras in der schwarzen Zone. Ihr seid auf euch gestellt. Beginn eine Überbrückung. Kick, rein. Mehrere Ziele. Angriff. Immer weiter. Eier. Mehr Feinde. Raauf, da auf. 10 Uhr. So. Das liegt. Das ist das Kieken. Kann man nicht umbringen. Da ist tot. Da ist tot. Da ist tot. Die liegen schon. Da ist ja noch. Verstanden. Weiter suchen. Eine Luftschleuse. Das muss es sein. Kick. Roger. Eier. Sieht aus wie irgendein Satellit. Mit einem verdammten Dicken. Sieht aus wie Satellitenwaffen. Verstanden. Übermittlung zur Erkennung. Logan, Bildübertrag. Dash, du auch. Keegan, Haupthitze-Schilder. Bildübertragung gut. Empfang stabil. Verstanden, Scarecrow. Übertragung starten. Zeig uns die Haupteinheit. Nach oben. Und etwas nach rechts. Ja genau. Das ist es. Ein kinetisches Starmsystem. Wie die, die Santiago zerstört haben. Ja, aber diese sind kleiner. Und es sind viel mehr. Basierend auf unserer Odin-Technik. Wir müssen wissen, wie viele sie gebaut haben. Gut gemacht, Jungs. Das war ein großer Fall. Bargleid. Gesamter Flüge als Bombenziel bestätigt. Großflächiger Angriff. Alles abwärmen. Hallo. Verstanden. Scarecrow. Genestes bestätigt. Noch 80 Kilometer. 6 Minuten. Unterwegs zum Ziel. Bargleid 1, 1, 1, 2 und 1, 3. Ziele lauten Romeo und die Burt House. Bargleid 2, 1, 2, 2 und 2, 3. Ziele sind Cooper. Dixie. Und ich bin auf dem Helm. Und ich bin auf dem Helm. Ich bin auf dem Helm. Ich bin aufgesetzt. Und ich bin auf dem Helm. Und dann raus nach. Es ist eine Fliegerstaffel unterwegs, die alles dem Erdboden gleich macht. Verstanden. Kick. Hast du gehört? Arclight ist unterwegs. Die ganze Fabrik, der Waldrecht. Verstanden sind wir? Da, Portion. Industrie ist super rein aus. das sieht aus wie ein bonzer die fabrikationsdaten aus der satelit die nummer 24 wie viele gibt es hier sind verschlüsselte daten offenbar daten und staatsvorhersagen ich verstehe das nicht sind die schon gestehrt ich war gerade umgedreht aber wo kriegt von vorne erinnern schießt ihr mal kann direkt nach vorne die mich hinlegen was wird nix die mich hin hocken zu der falle und auch gekriegt hat ab jetzt noch einmal und dann hat man noch abrichten negativ kann nicht mehr umkehren er ist umleitung unmöglich kreise ist sicher wenn der frau ist aber ja so kommt das alles macht doch auch schön sind die uns noch ich glaube nicht die dort absetzen als man zieht überhaupt nicht wo die flügel für die archie naja und die erschießen mich und meine Kameraden machen nix Kommt hier mal Ey meine Kameraden die sind zum Kotzen weil die nix machen Da ist der Hesch Kommt doch Ey direkt vor mir und die sind direkt hinter mir und die schießen natürlich nicht drauf Uff Ich kann nicht bestellen den Blinden Ich bin ein Ich bin ein Ich bin ein Ich bin ein oh oh Nein, bin der tot. Bisschen Jamo oder muss ich alles vermachen? 1 Teil 2 einsetzt. Die Maschinengewehr haben. wow acht schuss was ist denn noch eine hier unten nee oder schießt ja wohl es will ich sagen ich hab hier mehr kompition als ihr machen wir trotzdem mehr kalt als ihr ich treffe wenigstens ein ziel ordentlich gut das heißt ja ordentlich zielen ja ich liebte es ein und die zahlen und nämlich ich bin über den Luftschlag umgekommen die habe ich auch noch nie gehabt die Meldung ein Waffen aufnehmen bin ich gestorben weil die Waffen irgendwie labert gleich ok weiter auf 3 1, 2, 3 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 ja ich kann ich nicht so leide ich halt an Schütze komm aber auch zeitig von wieder von vorne ok weiter auf drei eins, zwei, drei weg können Schütze abmachen halt hier oben hier hüben ja, schießt ruhig also Kigen ja komm Kigen nicht anhalten hat's doch gesagt werde beschassen werde beschassen werde beschassen oh 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 komm komm ey komm komm doch auch mal im weg ich bin gleich vorbei gleich wer fährt Wohin, wo liegt ich? Habe ich getroffen? Genau, Zeit nach Hause zu gehen. Wann ist es funktionstüchtig? Unklar. Die gebogenen Daten wurden zu NORAD geschickt. Der Minister will persönlich informiert werden. Keegan, ich schicke euch nach Colorado Springs. Alles klar. Wir treffen uns im Vegas Versteck, morgen um 12 Uhr. JSOG will das schnell angehen. Sorgt dafür, dass ihr nicht blank ziehen müsst. Wir haben 6 Stunden bis Keegan zurück. Genau. Moment. Kommt dir was komisch vor? Überwachung aktiv. Ja, mir kommt was komisch vor. Warum zählt es da hier im Bootmenü? Aus Windows 98 drauf, da ist unser Bootmenü. Tja, wer kann das wohl jetzt sein? 9 Uhr 34 und 9 Uhr 30, 40, 41. Wir werden... Trapo, Trapo. 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 Und? Wir sind schon eine Weile dran und er hat nichts verraten. Er wird nicht brechen. 11.11. Hallo, Wook. Ah, du bist wach. Gut. Es ist schön, die ganze Familie zusammen zu haben, nicht wahr? Fehlt nur noch dein stiller Freund. Hm. Wo ist Keegan? Ich erzähle dir einen verdammten Dreck. Ach. Nun, mal sehen, ob ich deine Meinung ändern kann. Geh! Bis zum nächsten Mal. Du bist zum nächsten Mal.